Oh 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 Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein bisschen Material für euch gesammelt und möchte euch mit hinter die Kulissen nehmen. Ich habe zwei, drei Tage mitgeschnitten und euch beim Nähen mitgenommen und möchte euch einfach ein paar Ausschnitte zeigen. Ich hoffe euch gefällt das Video und wir starten jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Einblick in meinen Nähalltag. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich hätte auch Lust, mal ein Video zur Organisation im Nähzimmer zu drehen oder auch eine Roomtour. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Meine Lieben, ich freue mich auf das nächste Video mit euch und bis dahin. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.